Hallo meine Zombieschnetzelnden, oh was das laut, Hordernachtbezwinger und herzlich willkommen zurück bei heute einer spaßigen Runde 7 Days to Die. Ja wie ihr sehen könnt, wir sind kurz vor der Hordernacht, heute geht's los, noch mal im alten Turm, aber ne, was will man machen, was will man machen, ist halt so und ähm, ähm, hier gehen wir schon hin, kriegen wir schon hin beim nächsten, die nächste Zombiewoche, Entschuldigung, die nächste Zombiewoche werden wir uns auf jeden Fall darum kümmern, einen neuen Turm, also, ja, doch einen neuen Horde Turm in Anführungszeichen zu bauen, wo wir uns nochmal ein bisschen alles aufbauen, äh, wo ich ungefähr jetzt weiß, wie ich das mit den Klingen mache, mit dem Weg und so weiter und so fort. Ich bin jetzt nochmal, bevor ich jetzt hierher gekommen bin, ähm, nochmal durch die Händler gefahren, einmal bei uns unten, einmal den hier und einmal noch in der Wüste. Ich hab dazu nochmal einen Punkt, wir hatten ja einen Punkt bekommen, ein Besserverhandeln gemacht, damit ich nochmal den Secret Stash, wie man es immer so schön sagt, ich dann bekomme und hab ein paar Bücher gekauft. Also zum einen hab ich Landminen, schärfe dein Gehör für leises Klicken, das Auslöser, so dass wir über Landminen latschen können. Jetzt hab ich eigentlich die High-Power-Munition. Darauf freue ich mich, ist auch die Munition, die ich als nächstes herstellen möchte. Winterbekleidung, dass wir dann, äh, Flanellhemden, Kapuzen, Sweatshirts und Mützen nähen können. Und wir machen jetzt noch mehr Schaden an Hirschen. Einfach mal, dass wir das auffüllen und damit es losgeht. Ähm, ähm, was gibt's noch so zu sein? Also ich versuche heute mit den beiden Waffen zu arbeiten. Also erstmal so ein bisschen mit der Schroh, wir haben ja jetzt wenigstens die Doppeläufige und ansonsten mit, äh, dem M16. Das ist, äh, um 10 Punkte stärker als die AK. Ähm, Moped, Motorrad steht da drüben. Sollte es eng und brenzlig werden, rennen wir rauf, fahren los und hoffen, wir überleben den Rest der Nacht. Ähm, hier so ein bisschen aufgeräumt und aufgewertet habe ich. Ist soweit alles abgesichert. Warte mal, irgendwas hatte ich gerade gesehen. Hä? Habst du auch gerade gesehen, dass irgendwo hier was kaputt war, ne? Ah, wait. Hier oben habe ich mir noch überlegt, mache ich immer so eine Barrikade davor, dass so blöden Geier nicht direkt reinkommen und dass ich hier nicht unbedingt runterfalle. Ich hätte auch jetzt mit den Dingern hier arbeiten können, aber das war mir jetzt ein bisschen egal. Von daher passt das schon. Wir sind hier oben jetzt soweit erstmal safe. Bis auf hier drinnen, ne? Da, nicht jetzt, aber kriege ich jetzt auch nichts davor mehr. Und hier auch nicht. Hier immer noch aufpassen, sozusagen. Goodie. Ja, das meiste haben wir. Jetzt warten wir eigentlich noch die 10 Minuten, dann geht die Horde-Nacht los. Ich bin wieder gespannt. Klappe zu. Puh. Ich muss sagen, ich bin gespannt. Wenn wir mal schauen, wie wir das schaffen. Wie viel Batterie haben wir eigentlich noch? Warte mal. Ne, wir machen es anders. Nein, nicht den Motor. Gib mir mal die beiden Zweier. Ich verbrate mal die beiden Zweier-Dinger noch. Dann haben wir genug Batterien drin, ne? Wieso? Der da vorne wird nicht so viele abbekommen, weil es nur die großen sind. Und das andere, ja, das kriegen wir schon hin. Nochmal ein Schlittchen Kaffee. Geht gleich los. Ah. So, meine Freunde. Oh, jetzt zuckelt's und ruckelt's und muckelt's. Ja, kommen Sie. Das ist neuer Musik. Uh, er ist tot. Boah, das zuckelt. Was ist denn los? Ich hab gar nichts verändert. Okay, der hatte, was ist denn der eine? Oh, schön. Oh, guck mal, wir haben da was Schönes gefunden. Oh, an Geiern. Find ich toll, find ich toll. Da hab ich nochmal Wolle. Oh, guck mal, Vitamine können wir uns ja auch mal geben. Aber ich find das so geil. Wow. Jetzt stirbt bitte. Ey, dieser... Hier, dass sie hier halt durch müssen, ist halt schon cool gemacht. Ups. Irgendwann hab ich eigentlich vor, dass man wirklich sagen kann, ähm... Das läuft alles nur noch über die... über die Klinkfallen. Hey, gehen Sie bitte weiter. Boah. Der ist zwar bisher hergekommen. Ist das geil. Ich muss echt das skillen, dass wir dafür EP bekommen, ne? Ja, aber das war jetzt meine EP, weil ich einen Arsch wassen hab. Oh, es ist gechillt. Ich glaube, wenn ich das hinkriege, also nächste Nacht nochmal, und ich schaffe es ungefähr, so eine gemütliche Nacht zu machen, werden wir die Anzahl der Horde Teilnehmer erhöhen. Damit war da ein bisschen mehr Spaß dabei. Hallo, könnten wir das bitte lassen? Weil es wird ja doch ein bisschen arg langweilig. Wow. Na, bleiben Sie liegen. Oh. Darüber wieder auf, wieder zu. Auf, zu. Weil das ist unser Hauptspiel. Wir machen Klappe 11, Klappe 11, Klappe 11, Klappe 11. Das ist wirklich eher nur so ein reines Zugucken, wahr? Wau, 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 wau. Boah, es ist genial. Hm. War da oben eigentlich geiern, ne? Die habe ich irgendwie noch nicht so viel, vielleicht wegen dem Doppelschuk. Hallo. Wo? Wo? Hö, he, 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 he. Ist es genial. Weil versuche ich gerade die Beine wegzuschießen, ne? Dass die wenigstens vielleicht eine Runde straucheln, krauchen oder ähnliches. da war nicht kommen wir mal den hier so der erste punkt hier will ich mit diesem m60 irgendwann nochmal spielen da ruhig auch wie war noch bock wir sind übrigens ach ja weil mich gerade so akribisch auf das hier konzentrieren wir sind übrigens mittlerweile beim spielstadium von 100 ich weiß nicht wann dieser riesen nächste fischer dann kommt er kann ja noch ein paar andere danach kommen die ich glaube diese demolition zerstörer sind das ja und müssen wir mal gucken wie das denn mit den läuft macht das spaß man macht ja unten was kaputt ne lasst mal kurz mal nach oben gehen die können wir da kurz anlaufen lassen guck mal erwischt ja nee ich glaube ich muss das echt erhöhen das ist wirklich es ist zu langweilig echt langweilig wir kriegen jetzt immer mehr soldaten fällt mir auf mehr von den holz fällern aber insgesamt ist das noch zu wenig alles und die reinen runner hast du auch nicht mehr so viele stimme auf ich war genial wenn der du siehst wenn der schon durch ist wir dann so rum schwingt wir müssen mal gucken klatsch und stelle danach haben wir auch noch mal du wurdest oder zombie nacht mit der marke mit der armenbrust gekippt ich will eigentlich die roten lud weg gesehen die werden gleich wird mal gern wissen wie der ist wie der ist die beute davon ist die 6er ist bald wieder leer warum kriegen die denn manchmal ab und manchmal nicht aber ich muss noch ein bisschen mitschießen zumal ist die waffe jetzt ja aber da können wir sehr mal ein bisschen nutzen das wollte er gerade retten wir schon müssen die krankenschwester ja ich bin mir mal kurz den kaffee bevor er kalt wird da zeigt mal 17 lassen wie es in gerannt bei dem hochspiel finde ich gut dadurch nicht so gefallen weil wenn die springen ist ja langsamer als wenn die jetzt da hochlaufen würden muss ich das ding also reparieren damit ich da wieder was rauskriegen naja gut es läuft eigentlich ganz gechillt wir haben jetzt schon gerade war wobei wir einfach erst im zwölf der sieht noch vier stunden dabei und ihr so dann habt ihr zumindest den schlimmsten tag in der woche schon erstmal rum wenn ihr standard wochen arbeitet oder schule habt die anderen ist ja immer ein bisschen schwierig weil ich musste samstag noch mal arbeiten also ein kurzes wochenende nur aber jetzt läuft erstmal ganz gediegen heute war ein easy tag gewesen und ich mir gedacht okay ich kann es mal ein bisschen aufnehmen heute ist montag bei der aufnahme jetzt müsste es schon jetzt der mittwoch sein für die folge mal wieder bei pegel sehr stabil muss ich ja mal sagen dann muss ich den lassen wenn sie verraten sind sind sie wirklich stabil laufen aber mit rein blablabla 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 die bankkarte hallo okay so die munition ist bald durchgeballert durchgeballert in den kopf ah dann müssen jetzt bald die cops kommen okay gibt es eigentlich diese pustel monster die pusteligen da gibt ja nur einige von den pusteln wo die so eine ganz dicken pusteln haben kommen die auch in der horde nacht eigentlich das schon mal interessant zu wissen ob sie auch in der nacht mit auftauchen oder nicht auf in den schritt und 11 wiedersehen die reichweite ist recht miserabel bei den dingen sehr miserabel ich brauche eigentlich diese pusteln oder diese andere wenn die pappen kann oder diese andere dinge hätten wir viel cooler wo kommt noch mal einer vorbeikommt wie es gerade langweilig war na kommt noch mal nachher müsste ich keine könig öffnen das läuft total easy da finde ich die gebäude derzeit wesentlich interessanter oh ja oh ja aber ich nicht aus ich würde nicht mehr abschießen kurz hoch gehen wir mal gucken ob da unten was ist aber da ein bisschen was weg räumen können oder ob die sagen nur ein bisschen auch guck mal da ich hoffe ich so wieder in die richtige richtung geleitet bis da sie liegen gerade extrem fatal danke so haben wir hier irgendwas oder läuft das für nur hier ist eigentlich nichts soweit da ist alles schicke hier ist jetzt auch niemand art beschäftigt und hier eigentlich auch nicht gut also die konzentrieren sich wirklich darauf hier rein zu kommen das finde ich gut das finde ich nicht interessant ist wie gesagt da hast du auch nicht viele themen was wirklich erzählen kann weil ich muss mich trotzdem versuchen hier in den beiden ein bisschen drauf zu konzentrieren das ist fucking das ist schon nicht so gut dass das geht das ist wirklich so was von langweilig gerade das gibt es noch gar nicht für nur einen rote macht finde ich das wirklich man könnten sie das bitte unterlassen nicht dagegen schlagen wenigstens das deutsche also hier ist ja respekt aber ja das könnte das übel werden buch er hat mich getroffen war gar nicht wirklich wenn es ganz über ausgeblendet ist natürlich ist natürlich doof aber immer schon hin das kriegen wir schon hin so was haben wir noch hier ja das machen wir können wir mal ein bisschen wieder das funktioniert doch sehr gut sie sind wieder auf dem weg nach hause noch irgendwo einer bist du da big mama kommt das ist wirklich was man hier war wirklich also ist noch langweilige nacht also ist da wie machte spaß mit dem dinge kommen wirklich selten hier durch das ist schon krass ist schon halb halb zwei das ist heftig die ganzen säcke auf jeden schaffen alle zu looten das wäre mal interessant ich stehe jetzt gerade hier akob haben wir heute noch keinen gehabt bis heute haben wir noch den kopf gehabt überdurch wenn wir noch kein hatten erwarten wir mal ab das müsste gleich losgehen ob es nur einmal geladen schildi kopf ich sag ja spurt findet überhaupt nicht meins der ding hat eigentlich eine riesenstreuung ich schieße trotzdem da nicht kommen im dallasch maker so wird ihr gulasch hergestellt bei gut 63 aber der verbrauch am stahl ist schon nicht schlecht der verbrauch am stahl ist wirklich ganz schön immens muss ich sagen das wird meine lieblingswaffe einschließen also neben der armen brust ist das meine lieblingswaffe und das war jetzt ist das anstrengende muss ich sagen da wird nicht ganz schön anstrengend war im falschen moment drehen die sich einfach um die mini hier gibt es was für einen schritt ist auch nicht viel größer das ding aber trotzdem trifft man es warum auch immer wenn man hier ein bisschen wieder nach reparieren ja ja schauen wir mal aus na woanders geht euch alle okay das ist doof über das müssen wir da noch überlegen vielleicht brauche ich noch ein bisschen was um oder so geht so doch nicht man das ist doch völlig erwischt gleich um zwei und was ich gut finde sie laufen immer noch also wir hatten auch schon nächste gehabt da standen wir um zwei hier und da war nicht mehr viel los blubi komm stimm mal auf mein Freund da ist er ja ha erwischt der käme mir ein bisschen mehr mein Freund das ist nicht immer die verkacken dann den schuss ist richtig aber jetzt hat die dinge darunter geschmissen naja nach bei drum aber irgendwie wenig gucke mal wer da kommt ist zeit für die korps auf wiedersehen el corpo ja warte mal ich hab dir mal was schönes guck mal hier mein kleiner trink wenigstens schönes smoothie dann tut's dir gut fühlt sich wohl so ich wollte nicht so wenig wie möglich die neuen millimeter nämlich verbraten wir müssen wir können jetzt zwar dann die halbauer aber ich würde gern erstmal andere dinge herstellen also also doch sehen richtiger ich dachte gerade her viele ferale mittlerweile aber das sind immer die mit den orangenen augen sind immer die feralen und davon sind schon viele jetzt unterwegs haben wir uns den den level schon wirklich hochgemacht ist cool das ist ohne geht schilder oder nacht das muss ich sagen kann man sagen was man will doch mal dort hat da einer rum man sieht es wird unterlassen ich bin gerade nicht auf derselben ebene wie sie ich bin noch nicht mehr du auch nicht mehr ne aber du war der mut war ja cool wie er darunter gefallen ist jetzt kommen sie aber kann auch noch mal jenschen geballt war dann mal runter und ein paar ep mal abschnitten wenigstens ein bisschen ich muss sagen wir gehen eigentlich mit wenig ep raus pro horde nacht weil ich sehr wenig auf meine eigenen waffen setzte sondern lieber ein bisschen auf meine falle auf die falle wieder damit 800 schiff die würde ich gern behalten das ist gelohnt das ist gelohnt das ist gelohnt das gelohnt das gelohnt gleich um drei jetzt gibt es noch mal ein bisschen zackig hier einzige nachher sondern nacht halt hast du dass du wenn du zu langsam bist oder so eine waffe wie die jetzt hier hast feuerwerk mal gucken ob er den kopf rankommen lassen ich bin ja mal gespannt ob das hier ich habe schon mal meine waffe ready der wurde wirklich von dem ding er ist es ja nice aber hat schon gebraucht ne die blöden fücher 5 100 pro hauen die mir hier das ding dann weg aber kannst du mir nicht den laser wieder an machen sehr schön guck mal wo der kopf weg ich hoffe ich bleibe echt da unten länger liegen das ist so was wir noch wünsche wenn diese loot drops von denen dass die länger liegen bleiben weil ich spiele aber eine halbe stunde also auch nacht auf eine halbe stunde nicht auf 60 um so lange wie möglich natürlich auch ein bisschen was raus tun weil sie die länger du er spielst desto länger jetzt ja auch von vom vom stage level her kommen die ja dann natürlich auch die welt und zwar bis zum ende vier uhr manchmal sogar glaube ich darüber hinaus und von daher würde ich das schon gerne mitnehmen dass so lange wie möglich und dann dass wir das auch dann zu ende spielen was gerade danke die ep wollte ich mir wenigstens mitnehmen und weg warum so langsam der klang von der waffe ist cool aber insgesamt finde ich die nicht so interessant die m 16 ich bin für diese für meine p5 noch ein bisschen aufgeballert dann geht die richtig ab mit der richtigen munition jetzt checkt mit der body einfach zu göttlich da brauchst du wirklich wenn du jetzt so bei dem ding rechts und links noch selbstschussanlagen hin packst dann läuft richtig gut ein paar stets oder die kommen gar nicht nur ein bisschen nach vorne 100 pro und dann musst du halt machen so ein weg zum größeren breiteren weg so jetzt spielspitzen zu laufen und dann überall diese klingt vor allem in der ersten so eine vierer reihe ja mit messer nehmen wir mal gleich was war das kurz anzug jacke wofür denn da ist ja ok gut mal gucken ob ihr copy-kopf kommt kein copy-kopf mehr ach ich mag diese waffe so sehr so hebe mir mal die hier mach mal den rest noch leer dass ich die dann auch fertig hab dann ist die sieben erstmal wieder weg bis er wieder neues zusammenkommt getragen haben so müssen jetzt doch die letzte das letzte magasin das war's und du auch so nach 20 minuten in game time das war's und du auch so das war's und du auch so der 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 mr sie wieder aufhören zu spucken ist aber nicht nett dieses nicht wenn der jetzt gut wer sich darunter gefallen jetzt wollte ich den da nicht überleben lassen du bist aber tot ja gut sieben minuten noch ordentlich noch ein kopf obwohl es geil aussieht mich so ein bisschen am ww an hier ein lied an der set on legion in ww daran herrlich herrliches geräusch so meine freunde wir machen jetzt feierabend so gucken wir mal wo wir hier noch ein paar offen haben da müsst ihr noch ein paar unten herum google mr könnten sie jetzt einfach sterben so ich glaube das war's gottigottig das war ja so eine entspannte horre nacht ich hoffe ihr seid nicht eingeschlafen falls ja tut es mir leid war einfach viel zu entspannt hier das gibt es doch gar nicht erst mal die blauen machen wir machen so ein bisschen looten damit wir noch ein bisschen was da haben was habe ich denn da für eine hose gesammelt ach ja was ist denn das hier kurz anzughose bringt 96 immerhin ja dann gleich mal zum händler nachher rüberfahren ein bisschen neuner millimeter das ist immer gut da habe ich wohl nicht aufgepasst in der nacht da haben sie mir die toben aufseite oder die waldvieh hatte ja auch mehr schon weg geklopft ich habe das zu entspannt genommen ja da mich gar nicht gut gar nicht gut da war ich etwas zu entspannt so was haben wir denn hier noch alles guck mal ob mir mal rein 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 und nachts sich berät oh weil ich jetzt kriege ich immer weniger ausreden um zu sagen leute wir wir können doch nicht wir können doch nicht und ich finde jetzt immer mehr gerät mehr sachen für die nacht und ich habe die high power habe ich jetzt auch schon das könnte langsam übel werden hier sind doch ein paar säcke nach hinten geknallt doch mann das ärgert mich so ein bisschen das ist so das kleine der kleine wehrmutstropfen vom vom aufbau her dass die horde nacht einfach irgendwann zu lange dauert und die säcke verschwinden ohne blöden säcke verschwinden einfach so ich brauche den gebiet schutzblock einmal bitte aber ich habe keine steine wenn ich mir irgendwo stelle stein und weil ich würde gerne meine sachen jetzt hier noch mitnehmen alles was ich mitnehmen kann nämlich gleich mal mit kannst schon mal rein wo sind meine sachen diese bestimmter noch darin da waren also wie gesagt war eine sehr lockere sehr gechillte nacht ohne großartige probleme ich hoffe ihr hattet es hat euch dennoch gefallen auch wenn es wirklich arg langweilig war ja ich muss jetzt schon zugeben ist schon ja ja da hätte wirklich mehr sein können aber was willst du machen also das einzige wäre hier würden wir hier bleiben würde ich noch mal auf den turm spielen würde ich sagen komm wir stellen die horde nacht hoch da wir aber nicht noch mal hier spielen werden sondern erstmal unseren eigenen machen lassen wir noch auf acht aber anschluss daran machen wir auf jeden fall wenn die nächste horde nacht wieder so gechillt ist noch höher das ganze ding dann werden wir ein bisschen höher einstellen wir mal zwei stück bitte ein für hier ein für dann bei unserem neuen zu hause damit wir endlich dort dann auch ein gebiet schutzblock haben ein paar sachen hin und her zu räumen würde mich wirklich hier gerne einige sachen abbauen ja was haben wir hier noch kommen gibt mir mal das ding wir sortieren mal so ein was noch geht was noch gibt nein wo ich noch geht kann noch mit ilolo verdammt ich bin mal da so viel monische die brauchen wir auf jeden fall obwohl ich mir gerne gewünscht hätte noch mehr messen mit dem kannst du essen das hier nicht aber bei ihnen die super eigentlich auch nicht mehr das war ja eigentlich auch was wir zwei müssen das ein bisschen gut aber noch nicht das was ich gerne gehabt hätte die motoren sind wirklich mehr als braucht der bringt mir 96 ja ist jetzt nicht so die welt gibt mir mal hier machen wir mal hier kurz kompakt oder rein blum er nimmt mir mal ich will ich mitnehmen klingfallen war richtig schön also die haben wirklich super gut funktioniert ohne große probleme der hier gut hat jetzt nicht viel gemacht wurde ab und zu hat er den getroffen bin ich der meinung ab und zu hat er getroffen nicht stetig aber dann und wann hat da schon mal ein dritter dritter ein treffer gelandet so was ich wahrgenommen habe so dann darin will ich die batterie noch mitnehmen genau das ding hier will ich mitnehmen nehme so das haben wir das haben wir die fackeln würde ich gern noch mitnehmen das ist ja so ein bisschen ausleuchtung bei dem nächsten bereich was habe ich hier noch drin dies ist jetzt gerade ein wenig doof was brachten wir wenn ich den jetzt zerstöre jetzt ich könnte nicht weiß 120 blei er kommen dann machen wir mal den mit kaputt nein nicht darauf mein friend ich würde noch gucken habe ich hier noch eine tablette ist jetzt gerade schwierig die können erst mal raus die lassen wir hier kommen soll eine dose ist jetzt auch nicht die welt auch nicht die welt was haben wir noch was haben wir noch die würde ich gern so entspannen ich bin mit den hülsen nämlich extrem weit hinten diese antenne ja gut es ist jetzt eine sache die kann aber die muss nicht die kann aber die musste ich eine bleibatterie mit sechs ist auf jeden fall sehr important so was das kannst du mir auch noch mal rausschmeißen rausschmeißen die steine kann ich mir auch später machen was ist noch gut das auf jeden fall ist gut die sind gut das ist gut doch mal die kalche reinpacken und das glaube ich kann ich ja ist eine sechser steinachse das sind stoff also ganz ehrlich alles musst du jetzt ja nicht mit wir müssen jetzt nicht alles mit dem so jetzt mache erst mal hier so ein bisschen klar schiff dass du hier frei hast denn die rahmen die sind immer ganz gut die kann man immer nutzen flupps 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 gut dass wenn ich alles aufgewertet haben finde ich gut nein der war verdient aber verdient ja war verdient ja da war der geier daran ach was lief und da war eine ecke ich nicht gesehen habe die spucker waren hier daran spucker oder geier die ganze nacht hast du eigentlich super gemacht aber am ende bringt er sich fast selber um weil er zu blöd ist rahmen form zu entnehmen den rest ich werde jetzt noch ein bisschen zusammen sammeln wer drüber gehen ich glaube was wir heute mal anstellen ist noch mal eine quest vielleicht wäre eigentlich eine ganz coole sache und ja ich würde sagen wir machen heute noch eine quest wir haben ja noch ein paar drei offen die sollten wir dann auch mal machen es wird bestimmt sehr spaßig werden ich freue mich schon so genau wir machen ein dreier quest da haben wir ein bisschen was zu tun da bin ich ja noch mal gespannt wie die dennoch weitergehen und ansonsten was das von heute ich dachte sie bleiben liegen gut ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe euch hat es dennoch gefallen trotz dass es recht gechillt war recht locker war und gerade ohne probleme wirklich und hat es euch gefallen hat könnt ihr ja mal ein kommi like oder vielleicht auch ein abo da lassen und dann sehen wir uns auf jeden fall der nächsten folge wieder dort wie gesagt mit einer dreier mission und dann schauen wir mal wie die abläuft das wahrscheinlich wieder die ganze folge dauern und dann gucken wir das ding weit voranbringen aber kein level abgemacht das war alles so ein bisschen voranbringen damit wir unser bestgebiet wirklich auf die vierer bringt die haben wir noch gar nicht gesehen wir waren jetzt glaube ich nur in der dreier der dreier sind das höchste die vierer wollte ich ja mal machen aber dazu kamen wir noch nicht das ist so das nächste ziel was ich jetzt habe